Hallo Fischies! Oh mein Gott, wo ist... Sorry Leute, da ist dieser Wildschwenk, der uns letztes Mal mit zwei Schlägen umgebracht hat. Ich will ihn umbringen, Leute. Ich bin echt... Nein, 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 nein Ist das richtig? Oh mein Gott! 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 Wo war jetzt dieser Wildschwein? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Egal, jetzt gehen wir mal... Nein, zuerst heilen wir uns, weil... Jo... Wieder wegen dem Wildschwein... Oh Gott! Oh mein Gott! Okay, und... Wir wollten... Zuerst zu unserer Schwester und dann zu Popola. Aber zuerst... Schlagen wir den einmal... Gut! ... 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 Ja, wir müssen jetzt zuerst zu unserer Schwester, weil wir sie so gewählt haben, ja, okay, ich habe es so gewählt. Ihr gehört doch zuerst zu Popola und dann zu Jona. Jona? Jona, was ist das? Es tut mir leid. Oh, Jona, ich gehe ein bisschen Medizin, okay? Just hang on. Wait. Was ist das? Just, nicht so etwas gefährliches. Stopp mich schon überraschend. Wow, ich habe vergessen. Und jetzt gehen wir wieder zu Popola, weil sie weiß zu viel, aber sie weiß viel. Oh, es ist viel. Okay. Oh, okay. Okay. Hey Popola, do you have any pain medicine? Pain medicine? It's for Yonah. Her pain is... That poor girl. Well, I guess we could try a shaman fish. What's that? It's a fish found near seafront. Their livers contain a chemical that's said to dull even the strongest pain. That sounds perfect. How do I get there? You can find seafront out past the southern plains. Shades have been spotted there recently though, so be careful. Okay. I don't think they'll be too hard to find. I've been exhausted lately and I need a boost. And now... Geh'n wir. Wohin nochmal? Zum Meeresfront. Und... Ach ja, Leute. Alter, ich habe letztens auch meinen Bruder Okta gefragt, wo diese Eier sind und diese Hühner und er hat gemeint, sie sind hier irgendwo. Und jetzt bin ich nicht sicher, ob das alles war, aber wir können ja mal hingehen und fragen, ob das alles war oder ob, ja, das war alles. Oh, und jetzt die Frau, weil sie Hammelfleisch haben wollte. Oh, thank you. I swear, these children of mine just love their mutton. If you ever find any more, I'll be... Please get that mutton. My kids are driving me crazy. Wow. Ja, ja. Irgendwelche Aufträge hatten wir noch, aber ich habe keine Ahnung, von wem wir sie aufgenommen haben. Jetzt weiß ich es wieder. Wir haben hier irgendwas zerbrochen letztes Mal. Und er müsste der da sein. Hallo. Dann gehen wir nochmal zu diesem Typen, weil wir das beim letzten Mal nicht geschafft haben, weil wir alles gebrauchen haben. Also müssen wir es diesmal schaffen. Schaffen. Oh mein Gott. Ich wollte etwas ausprobieren und habe es kaputt gemacht. auch schon wieder. Also, um ehrlich zu sein, nach dem zweiten würde ich mir nie wieder was geben. Aber ja. Okay, diesmal werden wir es nicht kaputt machen. Sonst werde ich wahnsinnig. Sonst werde ich wahnsinnig. Obwohl ich mache es ja kaputt, aber trotzdem. trotzdem. Okay, also geh mal weiter. Und jetzt habe ich vergessen, wo das war. Okay, da steht es eh, weil wie soll man doch etwas vergessen eigentlich. Ich bin schon irgendwie... Plum. 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 Ich weiß nicht, die Schäden. Natürlich. Ich würde nicht so schlafen. Aber ich muss Jona retten, egal was. Ich verstehe. Dann werde ich nicht versuchen, dich zu retten. Du bist ein sehr guter Listener, für so lange Zeit, Vice. Cool, wir haben eine neue Stufe erreicht, Mann. Mann, wie oft soll ich dem Typen sagen, dass ich es kaputt gemacht habe? Diese wundervollen Schatten. Ich habe eine neue Stufe, die ich habe. Ich habe eine neue Stufe, die ich habe. Ich bin so... Ja, ich... Ich bin so...